Aranyasana die Reibholzstellung oder auch Wildnisstellung genannt oder auch die Stellung des brennenden Feuers. Vishnu Brema zeigt wie es geht. Ausgangsposition kann der Vierfüßlerstand sein. Und von hier ausgehend senkst du den Brustkorb auf den Boden und hältst dabei die Oberschenkel senkrecht oder leicht nach vorne. Dann beugst du die Knie und fasst mit den Händen an die Fußgelenke. Das ist dann Aranyasana. Dabei sind die Schultern auch auf dem Boden, eventuell auch der Brustkorb. Passe dabei auf, dass es für den Hals angenehm ist. Wenn du merkst, es ist nicht so angenehm für den Hals, dann komme aus der Stellung. Du kannst dann entweder in der Bauchlage entspannen oder auch in die Stellung des Kindes kommen. Aranyasana ist eine Stellung, die zu den Rückbeugen gehört. Sie gehört zum Shalabhasana-Zyklus, also zum Heuschrecken-Zyklus und entwickelt besonders die Flexibilität in der Kehle und im Brustkorb. Sie entwickelt auch die Flexibilität im unteren Rücken wie auch in den Knien. Aranyasana übrigens ist benannt nach Arani und Arani ist der Name der Feuerhölzer oder der Reibhölzer, die verwendet werden zur Entzündung des heiligen Feuers. Manchmal wird Arani auch als Wildnis und Wald bezeichnet. Es gibt ja auch in den Veden die sogenannten Aranyakas. Das sind bestimmte Teile, die für die Menschen gedacht sind, die im Wald leben. Die Stellung Aranyasana wird manchmal auch die Göttin Arani-Stellung genannt. Sie ist benannt letztlich auch nach einer alten vedischen Göttin. Sie heißt Aranyani. Es ist die Göttin der Wälder und der Tiere. Es gibt einige Hymnen der Veden, die an sie gerichtet ist. Allerdings höchstwahrscheinlich hat diese Stellung nichts mit einer Göttin zu tun, sondern imitiert so ein bisschen das Feuerholz und hat auch so ein bisschen Ähnlichkeit wie ein Lagerfeuer, das entzündet worden ist. Oder man könnte auch sagen, die Stellung ähnelt wie etwas, was im Wald sich befindet. Mehr zu Aranyasana und